Der erste Weltkrieg endet eh mit einer betäubenden Stille. Die Welt drehte sich weiter und in der Stille vergaßen wir. Ich habe mich gerade mit den verhafteten Mücken amüsiert. Niemals! Doch, das hast du gedacht? Ja! Tufi! Komm her! Komm her! Okay. Das ist London. Du hörst jetzt ein Statement von der Prime Minister. Okay. Ich spreche zu dir aus der Kabinett-Rolle auf 10 Downing Street. Das Morgen, der britische Ambassador in Berlin handelte die deutsche Regierung eine letzte Note. Ich muss euch jetzt erzählen. Das Land ist in Krieg mit Deutschland. Mein Vater fragt mich, ob ich wirklich bereit war. Er hat mir gesagt, dass ein guter Soldaten töten, ohne ihn zu denken, als ein Mensch. In der Moment, er sieht ihn als ein Mann, er ist nicht mehr ein guter Soldaten. Und ich war ein guter Soldaten. Gott, hilf mir. In jedem von uns liegen die Säden eines unbeführenden Großes. Wir sind die Fathers unserer eigenen Zukunft. Das Zukunft muss sich entschieden, nurturiert, guidiert. Boah. Alter Vater. Boah. Alter Vater. Okay. Was geht ab? Gipfel der Tapferkeit, Abgrundtiefer, Hass, Hoffnung, Beständigkeit, Gräuel, Tod. Mann, Menschen sind so kacke, ey. Norwegen, 1940. Nachtangriff über Navigdog. Oh, das kenn ich außer, außer Beta. Heftige Mucke. Wahrscheinlich landen wir jetzt und jetzt geht's direkt los, oder was? Und, das sieht mir doch stark danach aus heute. Dann würde ich sagen, was haben wir gelernt in der Alpha? Wir können das nicht spielen. Okay, komm, let's go. Wir müssen irgendwie ein bisschen weiter vorwärts kommen. Da sind die Gegner. Alter, und das ist wieder... Nee, 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 nee. Freundchen. So geht das aber nicht. Ich muss nochmal zurück zu Onkel Uwe hier vorne. Und dann muss ich erstmal in die Optionen reingehen. Meine Fresse. Das ist schon wieder... Soldaten, eine vertikale Ansicht. Soldat. Okay. Pegeln wir das mal runter auf 8. Zoom-Empfindlichkeit. Auf 75. Fahrzeug auf 10. Fahrzeug-Stick auf 10. Okay. Gamepad. Haben wir nicht. Erweitert. Zielbeschleunigung. Einheitliches Zielen. Aktiviere die prozedurale Zielrate anstelle der voreingestellten Werte. Sie... Dadurch wird das Zielen unterstützt. Warum nicht? Koeffizient. Ok. Wir gucken uns das mal an. Ok. weiterspielen so ja komm das könnten wir mal ausprobieren alles klar was geht hier ab wie cool es aussieht da vorne sind sie jede Menge Dues man sieht absolut nichts hier wegen dem Schnee alles klar weiter geht's ok da geht nichts ab wo schießen die denn hin aufs Boot was war das R halten M40 aufheben ok sieht schon übel krass aus endlich gehört oh das war einer von meinen so den hätten wir wow oh shit alter wie es aussieht das war der coolste Übergang ever glaube ich ok Libyen oder was Müller bringen sie uns näher an Alter Müller hä sieht ja wohl entkrank aus oh wie geil bitte putz alter und der nächste kommt what wow 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 was geht hier ab man mega viele Geschütze hier am Start da oben ist auch einer drin haften Wesen alter das ganze Ding zerstört das Teil ist einfach weg wie krank es aussieht was machst du denn da hast du mal in die Luft gegangen Alter der steht noch erstmal kriegt der jetzt hier einen weg da glaube ich noch einer hin alter ich habe überhaupt keinen Überblick mehr hier ok erstmal ein bisschen nach oben oh krass man oh jetzt habe ich aber eine vom Buch gekriegt hier es ist schon wieder ich glaube bei Battlefield 1 war das auch so das ist alles so in einer übergegangen ist am Anfang hinter der fahrt nicht in Linien bei Kasserine Pass oh yeah was ist das bitte für eine geile Knarre alter und tschüss ok nr 1 ok das hier ist ein Sunny vielleicht soll ich den erstmal direkt paff oh wie cool bitte da ist der nächste Sunny hohoho ah geil das warten hat sich gelohnt und Verstärkung herzig achtet auf die Brücke ok dry dudes sind noch am Start ha 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 boah ja krass was war da mal die Brücke oder was ok das waren die anderen loops das sieht so als ob es meine wären aha meins oh shit 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 klasse alter ich bin so geflasht ich soll selber fliegen wow 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 alter schwere meine maus quasi die steuerung ich konnte noch nie fliegen in battlefield gas steuerung ok ok nach vorne drücken oder was die steuerung ist invertiert ja wo kommen denn die dudes rollen oder was ne das mach ich jetzt nicht wer weiß ob ich da wieder gerade komme ok ich mach's das war die schlechteste rolle ever ich wusste es steuerung du kannst die steuerung und pausen jederzeit ändern pause option steuerung ähm fahrzeug flug spiegeln aus zurück 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 video abfang des RAF geschwaders 114 über hamburg oder oder was und tschüss leute alter wie krank es aussieht wow wie close ok jetzt krieg ich shots ja ich muss das Ziel angreifen nur ist witzig ich muss hier erstmal wieder einen Überblick kriegen so es geht nicht runter warum hole ich die teile nicht runter blab oh man muss ja ein bisschen länger drauf halten oder was oh das war Nummer 1 mehrere Luftziele oder was ok wow gelb 7 so die mit dem blauen sind unsere Feinde wow verschwinden die hier gerade in den Wolken oder was ist ja krank ok dann geben wir mal ein bisschen Stoff hier alter oh wie cool es aussieht ja wo sind das alles wow ok ich verhagel mir hier voll die Perspektive würde ich sagen ich hab keinen Plan ob ich diese ganze kacke hier oh shit das war's ey voll der Star Wars Moment Niederlande Brücke von Nimdeden was bitte geile Muckermann ok Infanterie wo sind die Dudes da sind die Dudes ok wo sind die nächsten da shit wow da hinten sind mega viele gerade langgelaufen wie es am schattern ist hier ey wo sind sie wow shit boom oh god das muss so scheiße sein ey Krieg ist echt kacke also ich feiere das jetzt nicht irgendwie übel oder so aber eigentlich schon aber auch nur wegen des Spiels ich hab keinen Bock drauf sieht zu geil aus ok nächstes Video alter 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 komm schon ich schieße mal Aber nimm! Fuck! Fuck! Ich hoffe in der Aufnahme rucket das nicht so sehr, ey. Ich werde immer immer suchen. Und manchmal finden. Brüder. Sons und Daughters. Mütter und Vater. Wir haben keine Welt ohne sie. Und es gibt keine andere Welt. Hm. Was für eine Doppelmoral, Alter. Ich meine... Ist irgendwie makaber, das so auszudrücken. Und so hart darauf hinzuweisen. Irgendwo hat er natürlich auch recht. Aber trotzdem, ey. Die menschliche Rasse ist einfach eine kriegerische Rasse. Alles tötet sich hier gegenseitig. So sind wir halt. Kranke Geschichte. Battlefield 5. Friends. Das war mal der Einstieg des Jahrtausends, Alter. Ich habe mega Bock auf den Shit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war definitiv der erste Eindruck hier von mir. Ich denke mir, ab morgen, übermorgen mal sehen, werden dann die anderen Folgen reinknallen. Und dann werden wir erstmal die Kampagnen zusammen machen. Sämtliche Missionen. Und im Anschluss daran oder zwischendurch auch noch natürlich die ein oder anderen Matches mit meinen Kollegen. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, falls ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann. Tschüssi Kowski.